Indien hat offenbar genug von Microsoft und möchte ihre Windows-Systeme mit GNU-Linux ersetzen. Alles, was dazu bisher bekannt ist, erfährst du in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu uLabs, deine Community für IT, Technik und gesellschaftliche Themen. Konkret geht es im ersten Schritt darum, alle mit dem Internet verbundenen Systeme durch MayaOS zu ersetzen, das ist eine eigens für diesen Zweck entwickelte GNU-Linux-Distribution. Sie wurde ein halbes Jahr lang entwickelt, nicht von Grund auf neu, sondern auf Basis von Ubuntu. Das wiederum kennen sich ja viele von euch, Ubuntu baut wiederum auf Debian auf und Debian ist die Basis für zahlreiche andere Distributionen wie unter anderem das Raspberry Pi OS, da habe ich schon mal einen eigenen Beitrag zu gemacht. Bei MayaOS haben verschiedene Regierungsorganisationen zusammengearbeitet, es soll eine Oberfläche besitzen, die Microsoft Windows ähnelt, sodass sich die Benutzer wenig umgewöhnen müssen. Allzu viele Informationen sind bisher dazu nicht bekannt, auch ob die später quelloffen verfügbar sein soll, das steht bisher alles noch nicht genau fest. Sicherheit und Zuverlässigkeit sind der Hauptfokus des neuen Betriebssystems. Die Festplatte wird zum Beispiel vollständig verschlüsselt, man möchte Angriffsversuche erkennen und die Anwendungen in einer Sandbox isolieren. Das Konzept, die Anwendungen möglichst einzusperren, gewinnt ja in der IT zunehmend an Bedeutung, sei es jetzt serverseitig durch zum Beispiel Docker-Container oder Allgemeinkontainer oder aber auch entsprechende Paketformate wie zum Beispiel Snap von Ubuntu. Derzeit läuft die Migration von den Systemen, die mit dem Internet verbunden sind, das soll im ersten Block schon am 15. August abgeschlossen sein. Später sollen auch die restlichen Systeme folgen, andere Behörden sind ebenfalls interessiert und prüfen derzeit den Einsatz der neuen Greenbox-Distribution. Die Marine hat sie zum Beispiel bereits freigegeben, in der Armee und Luftwaffe läuft aktuell noch eine Analyse. Das Ziel ist die Migration bis Ende 2023 abgeschlossen zu haben, sodass man Microsoft Windows vollständig abgelöst hat. Der Grund wird vor allem mit der Sicherheit, aber auch Zuverlässigkeit angegeben. Das sollte ja gerade im Verteidigungsministerium besonders wichtig sein, aber auch generell in anderen Regierungseinrichtungen. Ausfälle können hier nicht nur teuer werden, sondern durchaus auch eine Gefahr darstellen. Das gilt natürlich genauso für die Sicherheit. Gerade hier hat die Regierung in den letzten Jahren schmerzhafte Erfahrungen am eigenen Leibe sammeln müssen. Es gab dort einige erfolgreiche Angriffe, auch auf kritische Infrastrukturen. Ein paar Beispiele aus den extremeren Vorfällen. Ende 2019 wurde eines der größten Atomkraftwerke erfolgreich durch einen infizierten Computer angegriffen. Die Angreifer beschädigten die Anlage zwar nicht, konnten jedoch anscheinend große Mengen an internen Daten stehlen, die man natürlich für zukünftige Angriffe als Vorbereitung verwenden kann. 2020 kam es sogar zu einem großflächigen Stromausfall in der indischen Stadt Mumbai mit 15,4 Millionen Einwohnern. Das ist generell ungünstig, war hier aber doppelt schlecht, weil das mitten in der Pandemie stattfand, wo eh Ausnahmezustand herrschte. Erst im folgenden Jahr bestätigte die Regierung Medienberichte, wonach bereits im Vorfeld ein Angriff auf die IT-Systeme als Ursache vermutet wurde. 2022 ging es weiter mit Oil India. Das Unternehmen wurde erfolgreich von einer Ransomware angegriffen. Den Tätern gelang es, Server des Unternehmens zu verschlüsseln und forderten 196 Bitcoins als Lösegeldzahlung. Es handelt sich um einen der größten staatlichen Öl- und Gasunternehmen mit über 7000 Mitarbeitern, also kein kleiner Fisch. Man könnte hier noch mehr Beispiele auflisten, auch wenn einige Fälle noch recht glimpflich ausgegangen sind, ist das natürlich keine Entwarnung, denn wenn kritische Infrastruktur derart schlecht gesichert ist, dass sie regelmäßig von Angreifern komplett übernommen werden kann, dann ist das Schadenspotenzial sehr hoch, nicht nur bei Atomkraftwerken. Vertrauen schafft man damit auf jeden Fall nicht in der Bevölkerung, vor allem wenn die Folgen für jeden spürbar sind, wie bei so einem kompletten Blackout von der Stromversorgung. Nachdem es zu einigen solch schweren Sicherheitsvorfällen kam, entschloss man sich 2021 schlussendlich zu handeln, schaute sich die Probleme an und überlegte, wie man die Sicherheit verbessern kann. Die Wahl fiel auf Linux statt Windows oder Apples macOS. Werden die Systeme dadurch nun sicherer? Nun, es ist seit bald Jahrzehnten bekannt, dass Microsoft Windows und Office die mit Abstand größten Angriffsziele und zugleich auch größten Einfallstore für Schadsoftware sind. An der Verbreitung ist Microsoft natürlich nicht automatisch schuld, in Anführungsstrichen, wohl aber an der schlechten Absicherung. Erst 2021 deaktivierte Microsoft Excel 4.0 Makros, die aus dem Jahre 1992 stammen und schwere Sicherheitsmängel aufwiesen, wodurch Angreifer die Systeme relativ leicht angreifen konnten. Und das nun die Spitze des Eisbergs, da aktuelle Makros, die es noch gibt, auf dem System Code ausführen können. Der Konzern schaute dabei jahrelang zu, wie Systeme infiziert wurden. Ungefähr 2015, 16 kam dann Ransomware als ernsthafte Bedrohung dazu, weil das professioneller wurde und damit eben solche Schadsoftware breitflächig wehtat. Auch das lief mehrere Jahre so weiter, in denen sich nicht allzu viel tat. Erst 2022 traute sich Microsoft, zumindest die nicht vertrauenswürdigen Makros, also aus fremden Quellen, automatisch zu blockieren. Doch es dauerte nur ein paar Wochen, bis sie wieder einen Rückzieher machten. Nun kann man sagen, okay, schlecht gelaufen, wie schaut es denn bei anderen Themen aus? Zum Beispiel entdeckten Sicherheitsforscher am 30.05.2022 ein Word-Dokument, das Schadcode nachlädt. Sogar ohne Makros und auch Antiviren-Scanner haben hier nicht geholfen, da der Code ja innerhalb von Word nachgeladen wird. Die bekommen das also nicht mit und im Regelfall vertrauen die Viren-Scanner ja auch Microsoft-Anwendungen. Nur einen Tag später legten dann die richtig großen Ransomware-Gangs und Co. mit den professionellen Angriffswellen los. Interessierte Microsoft nicht wirklich. Erst am 14.06., also über zwei Wochen später, kam ein Sicherheitsupdate. Die Lücke wurde also mindestens etwas über zwei Wochen lang ausgenutzt, bis Microsoft sie endlich schloss, um damit die Kunden zu schützen. Auch das ist kein Einzelfall. Angreifer konnten zum Beispiel den Cloud-Dienst Microsoft Teams, der auch in der Pandemie sehr stark benutzt wurde, leicht missbrauchen, um Opfern darüber Schadsoftware zu schicken. Microsoft hielt die Lücke aber für nicht schlimm genug, um den Fehler sofort zu korrigieren. Auch hier wurden also Nutzer mit Sicherheitslücken in Microsoft-Produkten eine ganze Zeit allein gelassen. In PowerPoint genügt sogar eine falsche Mausbewegung, damit Schadcode geladen und ausgeführt werden kann, selbst in Dateien ohne Makros. Makros sind ja ein großes Einfallstor. Wer also jetzt hier denkt, ohne Makros bin ich sicher, der hat die Rechnung ohne Microsoft gemacht. Nochmal zu Teams. Da wurden Zugriff-Tokens auf dem Client im Klartext gespeichert. Darüber konnte der Angreifer also leicht sämtliche Inhalte in Microsofts Cloud-Diensten, Outlook, OneDrive, SharePoint und so weiter, einsehen und sogar manipulieren. Vereinfacht ausgedrückt, wer Zugriff auf das System bekommen hat, der brauchte nicht extra noch dem Nutzer sein Passwort zu klauen, denn er kann mit diesem Token ja auf alles zugreifen. Aber auch sowas ist für Microsoft kein Grund, und wenigstens im Nachgang diesen Anfängerfehler sofort zu korrigieren. Der Nutzer musste sich selbst schützen, indem er den Teams-Desktop-Client deinstalliert und eben bloß den Web-Client benutzt, damit der Webbrowser sich hier um das Problem kümmert. Und erst wenige Tage zuvor gab es eine weitere Schwachstelle in Teams, wodurch Angreifer die Telefongebühren des Opfers in die Höhe treiben konnten, denn über Teams kann man auch telefonieren. Dass die Cloud von Microsoft generell extrem unsicher ist, dazu habe ich ja allein schon zwei Beiträge zu den größten GAUs bisher gemacht, Selbst die eigenen Microsoft-Systeme sind von dieser Überkomplexität nicht sicher. So bekam durch eine Schwachstelle jeder Nutzer von Microsoft Vollzugriff auf verschiedene Admin-Bereiche von Microsoft sowie zahlreiche interne Datensilos mit großen Datenmengen. Und erst vor kurzem kam es dann zum GAU, bei dem verschiedene Sicherheitsmengen in Microsofts Cloud-Diensten es Fremden ermöglichten, in die Microsoft-Konten zahlreiche Organisationen einzubrechen, darunter auch welche von der US-Regierung. Auch im Nachgang verhielt sich Microsoft intransparent und versuchte das Ganze herunterzuspielen. Die Liste könnte man auch sehr viel länger führen, aber bereits diese fünf Beispiele zeigen sehr deutlich, es gibt da strukturelle Probleme bei Microsoft, die Sicherheit der Nutzer steht da keinesfalls an oberster Stelle. Diese schmerzhafte Erfahrung müssen immer mehr Kunden machen, zum Beispiel auch Großbritannien. Da haben Sicherheitsmängel in Microsoft Exchange dazu geführt, dass die Daten von 40 Millionen WLAN kompromittiert wurden. Das ist dann schon kritisch, bei privaten Unternehmen kann man auch sagen, okay, selber schuld, ihr habt euch das ausgesucht. Wenn es dann aber staatliche Einrichtungen betrifft, dann sind wir plötzlich alle betroffen. Und auch das ist noch längst nicht das Ende vom Eisberg. Worauf ich zum Beispiel noch gar nicht eingegangen bin, ist die generelle Softwarequalität. Wie oft haben Microsoft-Updates schon das System kaputt gemacht oder irgendwelche andere Software gestört, die dann nicht mehr richtig funktioniert hat? Da muss man gar nicht lange suchen. Erst am 8. August gab es ein Exchange-Update, das sich auf allen Systemen mit einer anderen Sprache als Englisch nicht installieren ließ. Und die Krönung ist dabei nicht mal, dass man dieses Sicherheits-Update, das ja gegen 6 Schwachstellen schützen soll, wegen einer ziemlich fragwürdigen Qualitätskontrolle bei Microsoft nicht installieren kann. Wenn ihr es installiert, dann bricht das Update bei der Installation ab und der Exchange-Server geht dabei auch noch kaputt. Auch das ist kein Einzelfall, wie die seit mittlerweile Monaten oder fast schon Jahren kaputten Widgets in Windows 11, sondern stehen sinnbildlich, was man bei Microsoft an Niveau und Qualität erwarten kann. Indien schon also erkannt zu haben, was viele in den eher westlicheren Ländern wie bei uns zum Beispiel bis heute nicht wirklich anerkennen möchten. Microsoft liefert oft keine besonders hohe Qualität, wodurch es zu verschiedenen Problemen, Ausfällen und Sicherheitslücken kommt. Davon geht ein nicht unerhebliches Sicherheitsrisiko aus, zumal der Konzern alles daran setzt, die Abhängigkeit zu ihm so groß wie möglich zu halten. GNU-Linux ist zwar nicht unangreifbar, vor allem nicht automatisch, richtig eingesetzt kann man jedoch insgesamt ein deutlich besseres Ergebnis erzielen und viele Risiken minimieren. Ganz nebenbei wird man früher oder später auch Kosten sparen und sichert eben die eigene Souveränität. Aus meiner Sicht sind die Erkenntnisse der indischen Regierung zwar etwas spät, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Übrigens nicht der erste, schon 2007 wurde mit BOSS eine von den indischen Raum vorgesehenen Distribution entwickelt. Ich hoffe, in Deutschland kommen wir an diesen Punkt auch noch, statt uns weiterhin damit abzufinden, dass Windows-Netzwerke ganz alltäglich komplett lahmgelegt werden, mit allen Folgen, wie zum Beispiel Daten, die dann im Netz auftauchen oder anderweitig weitergegeben werden. Also eine komplette Katastrophe für die Betroffenen. Was meint ihr dazu? Schreibt es gerne auf uLabs.de ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.